Und jetzt geht es mal wieder ab. So, da sind wir wieder. Neue Karne. Neues Glück. Diesmal eine Stadt. Ein bisschen grün. Wieso kann ich diesen Hippie-Bus nicht fahren? Du kannst nur Militärfahrzeuge fahren. Das ist doch auch ein Militär-Hippie-Bus. Hat ein Hippie-Bus ein Militär zu tun? Da ist ein I drinne. Ein Hippie. Wie beim Militär. Deck mal drohe nach. Kramardi! Aufpaschen, Junge. Aufpaschen, musst du. Nein, ich gehe hoch aufs Dach, weil da oben sind sie, die Schweine. Jaaaa! Aufs Dach geschmissen, die Granate, wie geil. Weg, weg, ich gehe aufs Dach. Pass auf, da oben ist jemand. Und jetzt! Ha, hab ihn, hab ihn. Komm, hoch, Junge. Oh, das geht's. Zeig dir mal viel, wechsel dich, Trottel. Warte, ich schweiße, Granate rinst. Granate! Oha, sehr nice! Wir sind die Dachkämpfer. Kann ich hier einfach runterhüpfen? Oh ja, wir können die Raketen nachhüpfen. Ja, du kannst nämlich nicht. Wir müssen, denke ich, auch bei denen aufnehmen können. Keine M240 nicht mehr. Wow! Oh nein! Ich hab ihn! Hat dich gereicht! Hat dich gereicht! Okay, ich bin wieder aufs Dach. Ich gehe wieder aufs Dach. Oh nein! Wow! Hast du gesehen? Da steht, da steht ein Panzer und der ist nicht benutzt. Ja. Hölzt'n dir? Ich hab' mir lege. Sehr gut. Ich kann jetzt von hier oben grad schlecht runter. Da musst du oben, musst du mal oben einsteigen, dass du den Turm steigst. Kann ich einfach runterhüpfen, ja, aber. Ja, ja. Warte, aufpassen, warte, 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 warte. Ich hab' mir lege. Den Turm tust du drehen mit Maus, indem du uns hin klickst, wo du hinziehen müsst. Achso, ok. Und wie schieß ich? Da stehst du doch nicht mal durch. Da stehst du doch nicht mal durch. Wenn du da in die Hinschung guckst. Oh, Alter! Aufpassen, vor uns! Boah, einfach mal totgefahren, Alter. Ich dachte vor uns, Bambi in der Wand. Kringfügigste Leder. Auf Kramatte! Ich krieg die Sau nicht, ich krieg die Sau nicht. Fahr doch einfach drum rum, hier lang, hier lang, guck mal, wo ich hin schieße. Ist das unsere? Ja. Und jetzt du hast es zu dem, weil du bist ein Robo. Da unten im Wald, Rambo, Rambo sitzt im Wald. Ralf, Clark. Sieht wirklich aus wie Rambo, der Typ. Ich treffte dich nicht. Das war mir erst bedankt, wo ich das erste Mal gesehen habe. Erst tot, erst tot, erst tot. Ich kann mein Droh nicht so schnell drehen, warte. Vorne tot! Sehr gut, weiter, weiter, weiter. Eingenommen, sehr gut. Lass uns, lass uns gerade zu, über die Brücke fahren. Ja, wir müssen da unten. Wirst du da unten, willst du nicht erst da oben lang? Ja, wir müssen da unten einnehmen. Achso, aber wir müssen da lang, wo jetzt angezeigt wird, oder wie? Wir werden jetzt sicher eigenständig handeln. Ja, alles über uns ist ja unser Gebiet schon. Das wären wir bloß Optionen links, oder? Da ist doch eine Karte gekommen. Du bist aber draußen mit dem Panzer, der nicht mal in der Parkbank vorbeikommt. Fahr doch einfach über die Straße, Mensch! Da geht's nicht lang! Da oben, über die Straße, dort! Achso, was ist voll Wind? Pau, alter! Hackst du los! Ob, ob, ob es denn hier ein Auto ist? Alter! Was war das? Das ist das mit vollkömmel ago, alter! Alter, ist erst nach dem Haus hochgefallen. Na ja, zu Fuß. Hier, die dämmen wir uns wieder ein! Schweine! Ich komm, bin da Hab ihn Jeep von der Grünen ist hier Meider Diesmal, diesmal war ich hier Oh, die sink Die sink Ich hab geparkt Ich hab geparkt Diesmal war ich Ganz cool Wo ist der Feind? Ich bin ein Soldat Ein Soldat kennt keinen Schmerz Egal wie, aus welcher Höhe ich auf den Boden springe Bist du das hier? Nee, das ist Fritzlicht Fritzlicht, alter, echt jetzt Du läufst runter am Wasser Ich lauf über die Straße, direkt an der Front kämpfe ich Bin kein Spionierer wie du Ich schwimme Oh Gott, ich bin wie in der Normandie gestorben, alter Während ich übers Wasser Und ins Wasser schwimmen wollte Oh shit Ich bin direkt auf der Brücke, wir machen ja Brückenfight Ich bin gerade von 5 Gegnern eingestorben Ich hab ihn Sehr gut Gott, für 5, 5, 10, 10, 12, Mann Ich hab, ich hab, ich hab ein Panzer Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du das? Ne, ich bin auf der anderen Seite der Brücke In einem Panzer Komm rüber Also nicht in dem grauen Panzer, sondern in dem grünen Warte, ich komm zurück Okay Steig ein, Junge Steig ein Alter, die sinken bei mir Die Figuren Das ist schlimm Wo ist denn jetzt? Wow Alter, die sinken Das ist unser Panzer, die vergessen Sehr gut In die Schlacht Wir sind tot Entschuldigung, du bist gar nicht tot Nein, du bist tot Ich bin tot Wie ich es alle niedermache, die Schweine Okay, es gehört nicht uns Ja, die sind gerade noch in der Überzeugung Ich drück an, dauernd die zweite Maustaste, weil ich denke, ich kann dann zielen Schweine Gebt mir eine Bedeckung, Alter Boah, danke, Leute Diese Cheapse, Alter, die brechen so krass aus, wenn du auf mich nicht klappst Ich habe jetzt echt eine Kiste Keine Ahnung, wie ich die benutze Fährst du tot, oder was? Ich wollte gerade Bin kurz zum Zielpunkt eingetroffen haben Längst schon da rechts Richtung Deckenshaus Im Slides will unsere Leute einfach wegmelern Aber wie viele Erfahrungspunkte levelt man denn auf? Äh, das kann ich dir nicht sagen Falschumspringer, komm Unsere Wir müssen sie unten zuschrammen, wir sind gerade in der guten Stelle ganz häufig Ich habe eine Granate reingeschmissen Nein, die kommt von der Seite, von der Seite, von der Straße aus da Ja, genau von hier, wo ich gerade hinlade Wo er gerade vor dir Den Schweine Ja, habe ich Nicht, das war nicht meiner Was, mit der Schrotze? Alter Muss man wieder ein bisschen vorsichtiger spielen, spielen wir uns aggressiv Ja, ich auch Lecker halt Ist ja wie im Kriech Alter Granate rein Granate rein Ich habe gerade Krieg von Flight, das ist ja lecker Ja, wir haben es gesehen Alter Gratulation, Soldaten, sie wurden befördert Ich höre mir jetzt den Panzer, ja Ich bin die Kanone, wo? Ja Ich bin die Kanone, wo ist denn hier vorne bei dem Panzer, wo ist hinten? Zack Der Weg, eine Soldaten Ausstecken, ausstecken, ausstecken Warum denn? Weil das Ding ist auch kein bisschen Erzähl nicht Wir hätten locker noch fünf, sechs holen können Hab keine Angst im Krieg Ich bin Soldat Ein Soldat kennt keinen Schmerz Hahahaha Wo ist denn am nächsten? Also versteckt sich hier noch ein Panzer Eine so eine, eine so eine Sau Hat er noch mir eine Kiste gesperrt, die ich auf mich versteckt hab? Hahahaha Loll Wow, da hinten Kann man ein Sniper gewähren? Ich habe einen Spawn Truck Oh fuck Nein, nein, es kommt zu mir Lass die landen! Falsche Springer landen! Wieso kann ich nicht fahren? Ach, ich bin hinten ein, einigstimmig Trottel Jens Ja, das ist entscheidend, wo man einsteckt Links vorne ist Fahrer, rechts vorne ist Turm oder so Und meistens Hinten ist halt hinten Hinten ist nicht vorne Hinten ist nicht vorne Ach so, dass du Security trinkst Ja, also nicht 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 den geparkt habe Wow Sehr nice Da hinten Granate rein Granate fliegt Granate hat gesiegt Ja, leider Was? Sehr nice Ich klettere wieder Wieder aufs Dach Wenn ich mal rankommen würde Ich hänge in der Wand drinnen Oh, jetzt geht's Was geht denn hier ab, Alter? Oh, jetzt Habe ich ein Deezing von 124 Millisekunden Heftig Granate Gleich geschafft So Oh Oh, wie ich sie jetzt weghole hier, die Schweine Deadpack In der Luft nach vorne geholt, ey Ja, nice Wir haben gewonnen Ja, das war's dann wieder mit diesem Part Und Hau zu rein Bis zum nächsten Mal Waaah Macht's gut? Ja, das war's dann Wann Ja, das war's dann